So, Herrschaften, ich habe jetzt 350 Abonnenten erreicht, also vielen, vielen Dank dafür schon mal. Folgendes, ein Zuschauer, nämlich The Yoshi Niels, oder The Joshi Niels, weiß jetzt nicht, wie man es genau ausspricht, hat mich vor etwa drei bis vier Ewigkeiten mal gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen könnte, in dem es darum geht, zu zeigen, wie viele normale Schienen zwischen zwei Booster-Rails sein dürfen, ohne dass man langsamer wird. Also, falls du das hier siehst, fühle dich gegrüßt und bedankt. Ähm, die Idee habe ich weder vergessen noch an den Nagel gehängt und quasi als 350er Abo-Special, wenn man so will, würde ich das gerne mit euch zusammen machen. Der gute Pande wird natürlich auch mit dabei sein und, äh, ja, quasi zweites Videomaterial für mich aufnehmen und, äh, den Server schmeißen und, äh, ja, und so weiter. Äh, und zwar bräuchte ich 28 Leute, die mir, uns, äh, aber helfen, sich auf einem Server ein paar Minuten nichts tun und in ein Minecart zu setzen. Vielleicht auch doppelt so lang, wenn wir zwei Durchläufe machen, aber das sehen wir dann. Ähm, ist jetzt nicht das Aufregendste von der Welt, das ist schon klar, ähm, aber zumindest wird jeder im Video auf jeden Fall namentlich erwähnt. Ich wollte jetzt einfach mal fragen, ob bei euch da prinzipiell Interesse besteht und, äh, ob wir die Zahl am Mithelfen überhaupt zusammenkriegen würden. Äh, also wenn ihr Bock habt, einfach in die Kommentare schreiben, ganz unverbindlich. Und wenn einer kein Abonnent von mir ist, dann ist es auch kein Weinbruch, der macht dann halt nicht mit. Der ist schmarrn, also Abos ist natürlich keine zwingende Voraussetzung. Okay, gut, äh, ich hoffe, das wird was und, ja, dann bis zum nächsten Mal.